Auch Maschinen haben eine Seele. Diese Wäschemangel hat eine teuflische. Es beginnt ein nicht enden wollender Albtraum. Robert Anglund, der Star aus Nightmare on Elm Street. Diese Maschine, da hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Toe Pooper, der Regisseur von Poltergeist. Was passiert hier denn los? Du bist nun einer von uns. Nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. The Mangler. Drei Meister des Horrors, erdachten eine Maschine des ultimativen Schreckens. Kaum jemand kommt ungeschoren davon. The Mangler.